Musik Endlich ist der große Tag da, das Fest der Erstkommunion. Jedes Kind ist eine Blume, im Gottesgarten heißt das Leitwort, das Kinder wie Erwachsene an Jesu Bergpredigt erinnert. Lernt von den Lilien, die auf dem Feld wachsen, sie arbeiten und spinnen nicht. Doch ich sage euch, selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen. Musik Es ist Gott, der großen Klein seine Würde, seine äußere und innere Schönheit gibt. Er ist aber zugleich auch das Licht, das uns das Schöne sehen lässt. Du bist das Licht der Welt, du bist der Glanz, der uns und selten Tag erhält. Du bist der Freund entscheidend, der uns so glücklich macht, demselben in uns ein. Du bist der Stern in der Nacht, der allen Prinzen entweht. Du bist wie ein Feuer entfacht, der sich als Liebe verzehrt, du das Licht der Welt. Wir Erstkommunikanten heissen euch alle herzlich willkommen zu unserem Erstkommunion Gottesdienst. Und freut uns sehr, dass ihr gemeinsam mit uns den grossen Tag dünntet. Singt alle, singt alle, singt alle, singt alle, singt alle. Das erste Mal die Eucharistie mit zu feiern und zu empfangen, ist zugleich auch ein Schritt, voll und ganz Ja zu sagen zur christlichen Gemeinschaft. Zum Glauben an Gott Vater, Sohn und Heiligen Geist. Darum wird auch die Taufkerze wieder entzündet. Glaubt ihr an Jesus Christus, der die Erde unter unseren Wurzeln sein will und auf den wir durch den Tod hindurch vertrauen können? Wir glauben. Die Kinder bringen Brot und Wein auf den Altar und denken an das Weizenkorn, das sterben musste, um reiche Frucht zu bringen. An die Trauben, die zerstört werden mussten, damit Wein daraus werden konnte. Sie denken an Christus, der für die Menschen am Kreuz starb. Jesus sagte, dieses Brot, das bin ich, der ich nun in den Tod gehe. Und in diesem Becher Wein schließt Gott einen neuen Bund mit euch. Vater im Himmel, sende deinen Heiligen Geist über die Gaben von Brot und Wein. Erheilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus. Am Abend, vor seinem Leiden und Sterben, nahm Jesus beim Mal das Brot und sagte dir Dank. Brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmend und essend alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Christus, das gebrochene Brot für diese Welt, das ist Christus, das Lamm Gottes. Er nimmt hinweg unsere Sünde und unsere Schuld. Jesus ist ganz für die Menschen da. Zum ersten Mal die Kommunion empfangen zu dürfen, ist ein Moment, den die Kinder wohl nie mehr vergessen. Ein Moment der Begegnung mit Jesus. Leib Christi, das ist nicht nur die Hostie der Eucharistie. Nein, jeder Christ und jede Christin, ob jung oder alt, ist Glied am Leib Christi. Und wenn es nun hinaus ins Leben geht, soll die Welt etwas davon merken.